so hollte ich meine Freunde ich hoffe man kann mich gut sehen nur bis und lang lang ist es her wir spielen mal wieder unter den Ganzen ich sagte mir heute mal mit anderen Charakter und zwar mit der Jägerin und ja mal gucken ob wir damit weiterkommen so 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 Euhm... Hach! Der Flöge ist ja hier irgendwo drin Oh Mann Der Flöge ist ja schon wieder Da ist die Flöge Dass die Flöge ist doch Nein, das war schon wieder nicht. Noch eine Runde. So schnell gehen wir ja noch nie auf. So schnell gehen wir ja noch nicht. 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 und Ich hab keine Kugel in den Mund. Ist der mit der Zerse? Was ist das? 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 Was ist das?